Hallo zusammen, hier ist wieder eure Miriko. Heute möchte ich euch noch etwas weiterführen zur Vektor-Ebene etwas zeigen und wie ich die Grundfarben setze, wenn ich etwas koloriere. Da haben mich einige gefragt, wie das denn jetzt genau funktioniert in meinen Speedpaints, dass ich da so schnell die Flächen fülle. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Als Beispiel habe ich hier die Outlines von Milky. Das Bild kennt ihr sicherlich, bzw. wenn ihr wollt, kann ich euch noch mal dazu die Speedpaints in die Infobox packen. So, fangen wir mal an. Also die Outlines erstmal habe ich auf drei verschiedenen Ebenen verteilt. Und zwar habe ich hier auf der Ebene die Augen. Das mache ich, weil ich auch gerne die Outlines einfärbe. Da ist es auf jeden Fall einfacher, wenn es schon mal auf einer Ebene ist. Also auf einer eigenen. Genau, und das mit den Einfärben zeige ich euch auch noch. So, dann habe ich jetzt hier die Augenbrauen und auf dieser Ebene die restlichen Outlines. So, und wenn ich jetzt etwas einfärbe, mache ich das so. Ich nehme hier den Zauberstab. Den könnt ihr auch über die Tastatur anwählen mit dem Buchstaben W. Dann klicke ich einfach hier so in eine Fläche rein. Ganz wichtig ist, dass ihr natürlich die Outline-Ebene ausgewählt habt. Und jetzt macht ihr das schon ziemlich schön. Nämlich der Vorteil ist, wenn ihr saubere Outlines macht mit geschlossenen Linien, dass der das auch sehr, sehr schön füllen kann. Wenn ihr das allerdings nicht so ganz so ordentlich habt, gibt es hier eine Option Close Gap. Close Gap. Die habe ich auch für solche Sachen wie, da seht ihr vielleicht hier oben, das ist nicht ganz so ordentlich, beziehungsweise nicht ganz so schließend. Und für solche Sachen habe ich das. Dann mache ich jetzt mal mit der Haut weiter. Ach ja, und wenn ihr da rein klickt, damit die Auswahl nicht wieder weg ist, so wie jetzt, ihr seht ja hier diese leicht gestrichelten Linien, müsst ihr Shift dazu drücken. Und zwar Shift und dann drückt ihr einfach in den Bereich rein. So. Schön auch alles auswählen. Hier ist etwas zu viel ausgewählt. Und das kann man auch ganz leicht korrigieren mit diesem Tool. Dort könnt ihr quasi die Markierung wegradieren. Finde ich auch immer ganz praktisch. So. Das war ein bisschen sehr unsauber. Könnt ihr auch mit dem Tool, was dazu gehört, das einfach wieder dazumalen quasi. So. Seht ihr hier so in grün. So. Blubdi, 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 blub. Dann mache ich mal weiter. Okay. Die Fingerchen und die Beine. So. Und den Bauch. Und natürlich den anderen Arm. So. Hier haben wir jetzt wieder ein Problemchen. Da habe ich nicht so sauber gearbeitet. Nee, nee, nee. Zähle ich euch hier ein und arbeite selber total schlampig. Wie schrecklich von mir. So. Okay. Habe ich doch direkt wieder behoben. Mali, Mali, Mali. So. Und alles schön ausgewählt. Jetzt hat Lipsodio Paint auch was Praktisches. Und zwar, wenn die hier auf diesen Reiter geht, Color Set. Da könnt ihr euch verschiedene Color Sets anzeigen lassen. Und ich nehme ganz gerne das hier. Da habe ich schöne Hautfarben. Natürlich kann man das auch über den Color Wheel hier auswählen. Aber ich nehme die hier eigentlich auch ganz gerne. Nehme ich jetzt hier eine ziemlich helle. Und mache mir ganz wichtig eine neue Ebene, um die Haut zu füllen. Also auszumalen. Damit ich alles schön nicht auf den Outlines habe. Weil dann könnte man das nicht mehr so schön kolorieren. Und würde dann halt beim Schaltieren immer die Outlines übermalen. Das wäre nicht ganz so schön. Jetzt nehme ich dort das Bucket Tool, um das auszuwählen. Und zwar benutze ich da einen Shortcut. Einfach nur Taste G. Dann nehmt ihr erst einmal hier diesen Verlauf. Und wenn ihr nochmal G drückt, habt ihr das Farbreimer-Symbol zum Ausfüllen. So, jetzt klickt ihr einfach da so brav rein. Alles einmal ausfüllen. So, blub, blub. Und fertig. Wenn ihr das jetzt weg haben wollt, dann könnt ihr ganz einfach, wenn ihr das jetzt nicht mehr haben wollt, also die Auswahl, drückt ihr einfach STRG-D. Dann ist die Auswahl weg. Jetzt hier habe ich die braunen, also die Augenbrauen habe ich jetzt unter der Ebene. Deswegen sind jetzt hier diese Schlitze. Aber das können wir ganz einfach so verschieben. So, dann habt ihr das jetzt hier ausgefüllt. Und jetzt zeige ich euch, das könnt ihr mit den anderen Flächen, wie mit den Haaren, mit der Kleidung auch so machen. Und jetzt zeige ich euch noch etwas. Und zwar, da gibt es einen tollen Radierer für diese Ebene, für die Vektorebene, den ich auch beim Outline benutze. Und zwar ist das der Vektorradierer, der ist dann automatisch, wenn ihr eine Vektorebene habt. Und zwar den hier, ich stelle den immer hier auf das Mittlere ein, weil das ist dann sehr, sehr praktisch. Ich zeige euch das mal. Und zwar, wenn ihr jetzt hier noch eine neue Haarsträhne zeichnen würdet, eine, die so absteht, könntet ihr das, Moment, könntet ihr das so machen. Und jetzt seht ihr ja, sind hier die Linien quasi übereinander. Und das ist ja nicht besonders schön. Ihr wollt das ja dann, dass es eine Fläche ergibt. Und jetzt habt ihr jetzt hier so eine Haarsträhne. Und jetzt ist das ja nicht besonders schön. Und dann braucht ihr wirklich nur hier einmal mit diesem Vektorradierer durch und dann ist die Linie einfach weg, ohne dass ihr vernünftig radieren müsst. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Also das benutze ich sehr, sehr oft. Weil, wofür sollte man sich dann da Mühe geben, das dann vernünftig direkt weg zu radieren oder eine Lücke zu lassen? Man kann das einfach so schön wegnehmen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr Outlines einfärben könnt. Und zwar gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Und zwar, die eine Möglichkeit wäre, ihr benutzt hier oben das Symbol Layer Color. Drückt das. Und jetzt könnt ihr hier eine Farbe auswählen, wenn ihr das jetzt so einheitlich in einer anderen Farbe haben wollt. Das ist, um das halt ein bisschen weicher zu machen. Oder aber, ihr macht eine normale Ebene, also eine Raster-Ebene darüber, klippt diese fest auf der Outline-Ebene und nehmt euch jetzt zum Beispiel einen Pinsel und die Farbe, die ihr haben wollt. Und dann braucht ihr einfach nur, grob drüber zu malen. So könnt ihr zum Beispiel die Outlines im Gesicht braun machen. Und weil jetzt milky-pinke Haare hat, könnte ich jetzt einfach hier pink nehmen und dann so schön da drüber malen. Und das Tolle ist, da funktioniert auch der Verwischer. Da könnt ihr die Farben so ineinander wischen. Und was ihr auch machen könnt, was ich auch sehr, sehr toll finde, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel an der Haut macht ihr jetzt die Outlines ein wenig bräunlich, damit die schön dazu passen. Und wenn ihr an einer bestimmten Stelle wollt, ihr vielleicht, dass da besonders viel Licht ist. Und das dann, und um das auszudrücken, könnt ihr die Outlines an der Stelle unsichtbar machen, aber sie sind gar nicht weg, sondern ihr nehmt einfach die Farbe, die gerade dort am Rand ist und malt mit dieser Farbe darüber. Und schon sieht es aus, als wenn dort keine Outlines werden. Damit das noch ein wenig schöner aussieht, könnt ihr das noch mit einem Wischtool so schön verwischen oder vielleicht einen helleren Braunton benutzen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr hübscher Effekt. Gerade wenn ihr einen hellen Hintergrund habt, kommt das richtig schön zur Geltung. Auch an so einer Stelle wäre das denkbar. Um so einen schönen Leuchte-Effekt zu erzielen. Aber ihr wollt den Mund ein wenig leichter erscheinen lassen. Dann könnt ihr hier einfach so drüber gehen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und euch hat das Video etwas gebracht und Spaß gemacht. und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es wäre echt toll, wenn ihr mir vielleicht ein Abo gebt oder das Video einfach positiv bewertet. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Vorschläge oder euch noch irgendwas auf der Zunge brennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, dann verabschiede ich mich. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Eure Miriko